So, hier sind wir ein bisschen weiter gekommen. Da ist ein größerer Stadtplan auch noch. Den werden wir uns gleich ansehen. Warte, da ist er. Wir sind hier gerade. Wir sind da. Das hier ist alles Akihabara Train Station. Stimmt. Und da ist doch Anime Land, oder? Der Anime Land müsste ungefähr hier in dem Bereich dann sein. Ja, weil der ist ja irgendwo oben. Das heißt, wir müssen in die Richtung, nach oben. Also, da hin ist. Ja, und dann wieder ein Stück nach links. Aber zuvor zeige ich euch noch ein Bild, was typisch japanisch ist. So bunt, so schön, so japanisch. Zumindest wissen wir jetzt auch, wo Gamers ist. So, und wir müssen eigentlich da hin. Also jetzt nach links und dann nach vorne. Hier die Straße hoch, dann wieder ein Stück nach links. Und wenn wir dann bei dem Ausgang von dieser Akihabara Station sind, dann bist du eine größere Hauptstraße sein. Da ist hier die kleine Straße hoch. Die nach oben, die nach rechts. Wenn wir hier sind, sollten wir in die Richtung schon ein großes Alibiz hintersehen. Okay, dann gehen wir mal los. Tschüss.